Sehr geehrte Menschen und Menschinnen, sehr geehrte Imbapros, sehr geehrter Craft12354 und natürlich nicht zu vergessen, sehr geehrte Geis und Geiserinnen, wie er immer so schön zu sagen kriegt. Ich möchte mich hiermit herzlich für diese Auszeichnung, diesen wundervollen Preis, diese Ehre eines eigenen Pet-Namens bedanken. Eine solche Ehre habe ich gar nicht verdient. Ich nehme diesen Preis aber trotzdem dankend entgegen und möchte mich natürlich auch für die herzlichen und lieben Worte von Craft12354 über mich und meine Videos bedanken und über die Erwähnung in seinem Let's Play. Und als Abschluss bleibt mir dann doch nur noch zu sagen, das ist doch sehr Craft-Terrific. Auf dann, bis demnächst.